Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Deezer-Date-Video auf meinem Kanal. Ich habe heute den Auftrag, euch ein Unternehmen vorzustellen und ich mache das wirklich sehr, sehr gerne. Und zwar nicht nur, weil in Tesvolt ein halber Tesla drin steckt, sondern weil das Thema, um das es heute geht, ein zentrales Thema meines Kanals ist. Nämlich es geht um Energiewende, es geht um Solarenergie, es geht um E-Mobilität und Mobilitätswende. Alles das kommt zusammen, denn wir reden heute über das Thema Batteriespeicher. Weil das Ganze im Rahmen einer Kooperation stattfindet, ist dieses Video oben auch mit Werbung markiert. Seit 2014 ist Tesvolt eine der größten europäischen Anbieter für Batteriespeicherlösungen in Europa. In ihrer Gigafactory in Wittenberg produzieren sie fast ausschließlich mit dem Solarstrom von der eigenen Photovoltaikanlage. Und sie sind Experten für Batterien, weshalb ich auch natürlich mit ihnen darüber gesprochen habe, welche E-Fahrzeuge eigentlich die besten Speicher verbaut haben. Und da gab es für mich eine kleine Überraschung. Außerdem durfte ich zum ersten Mal in meinem Leben in einem Elektrobus fahren. Also bleibt unbedingt dran, es lohnt sich. Und ich mache mich auf den Weg nach Wittenberg und treffe dort den Simon Schandert, Mitbegründer und Geschäftsführer von Tesvolt. Hallo Simon. Freut mich. Schön, dass ich hier sein darf. Tesvolt, ja ich bin mit meinem Tesla hergekommen. Ist da ein halber Tesla drin oder wie kommt das? Ja, unsere Namenszusammensetzung kommt von den zwei wesentlichen Erfindern, die wir benötigt hatten für unsere Technologie. Das ist der Nikola Tesla und der Alessandro Volta, der eine der Erfinder der Batterie, der andere der Erfinder der Wechselstromtechnik. Ohne beide würden wir heute nicht hier stehen und diese Technologie verwenden können. Ihr habt hier schon eine ganze Menge Preise eingesammelt. Welches ist denn für dich im Moment gerade der bedeutendste oder wichtigste? Kann man das so sagen? Ja, also erstmal sind wir stolz auf alle Preise, die wir bekommen haben. Das hätten wir selbst ja nie erwartet, dass wir so viele Preise in so einer kurzen Zeit abräumen. Aber man muss tatsächlich sagen, der Preis, auf den wir sehr, sehr stolz sind, vielleicht ein bisschen stolzer als auf alle anderen, das ist der Deutsche Gründerpreis. Den haben wir 2018 bekommen. Und letztendlich ist das die höchste Auszeichnung, die man für Unternehmer in der Gründung bekommen kann in der gesamten Bundesrepublik. Wenn jetzt so wie heute Katzen regnet sozusagen, dann könnt ihr wahrscheinlich nicht mehr mit der Photovoltaikanlage produzieren, oder? Ja, die produziert gerade weniger, aber gestern war ein schöner Tag. Das heißt, all unsere Speichersysteme, die wir hier im Einsatz haben bei uns im Gebäude für Testzwecken, als auch für Akademienutzungszwecken, sind vollgeladen von gestern. Das heißt, heute arbeiten wir trotzdem mit unserem Solarstrom, allerdings von gestern. Und wie viel ist eure eigene Kapazität? Also wir haben hier insgesamt Batterien angeschlossen in Höhe von 350 bis tatsächlich maximal 500 Kilowattstunden, die wir nutzen. Das ist einer unserer Hauptprodukte, das ist der TSH V70. Hier haben wir bis zu 76 Kilowattstunden drin, dass man das mal so ein bisschen vergleichen kann, ein bisschen nutzbar machen kann. Damit kann ein Einfamilienhaus fast die komplette Woche völlig autark leben. Ja, also ich vergleiche das mit dem, was bei mir unten im Boden liegt, bei meinem Auto, und das ist ungefähr ziemlich genau so viel. Genau, richtig. Hier steht ja noch so ein ganz schickes Modell, TES World heißt es, und da kann man sehen, was man mit euren Speichern so alles machen kann. Ja, wir haben eine eigene Argumented Reality App entwickelt, die kann man sich in jedem App Store runterladen. Und da wollten wir eigentlich mal zeigen, was kann man mit Speichern alles machen. Wozu sind Speicher denn da? Zum Beispiel für Off-Crit-Anwendungen, wo einfach eine Hütte gar keinen Netzanschluss hat, kann man mit unseren Speichern sich überhaupt erst Strom zur Verfügung stellen. Oder aber auch ein Speditionsbetrieb, der nur einen begrenzten Netzanschluss hat. Und wenn er jetzt Elektro-LKWs hat zum Beispiel oder seine ganzen Angestellten auf Elektroautos umstellen, habe ich auch hier eine Begrenzung des Netzbezugs, aber auch einen hohen Leistungspreis. Um den zu reduzieren und da eine ideale Wirtschaftlichkeit hinzukriegen, benötige ich Speicher, um diese Lastspitze dann entsprechend auch kappen zu können. Oder aber auch im landwirtschaftlichen Bereich, um wenn Netzausfälle zum Beispiel existieren, um wieder Strom zur Verfügung zu stellen, wenn auch der öffentliche Strom sozusagen weg ist. Also einen der Kunden kennen viele von euch, die Tesla fahren, nämlich es gibt den neuen Ladepark Hilden. Und da stehen von euch zwei fette Kisten mit wie viel Kapazität? Also wir haben zwei 20-Fuß-Container dort stehen, die jeweils eine Megawatt an Leistung geben und Kapazität, um den Netzanschluss zu erweitern, sodass wenn alle Ladesäulen voll sind, die Teslas dann auch mit der vollen Leistung beladen werden können und nicht im Prinzip die Beladung an den Ladesäulen reduziert wird. Und da gibt es noch einige weitere Anwendungsfälle und zu einem, mir reicht es nämlich hier bei euch in dem Regen, da fliege ich jetzt einfach mal kurz hin, und zwar nach Bad Langensalza zu Salsa Tours. Sie haben nämlich Elektrobusse, die sie mit diesen Speichern hier auch laden und betreiben. Salsa Tours gibt es schon seit 1949, zwar nicht als Salsa Tours, aber als Firma König. Familienunternehmen hat mein Opa gegründet, mein Vater viele Jahre fortgeführt und ja, jetzt seit ungefähr zehn Jahren bin ich mit in der Geschäftsleitung und führe das Unternehmen im Moment mit meinem Vater zusammen. Wir haben jetzt 21 Busse, davon sind zwölf Linienbusse und der Rest sind Reise-Unibusse. Und wie viele sind Elektrobusse? Drei Stück, da sind wir ganz stolz drauf und wir sind gerade, darf ich verraten, in der Ausschreibung für einen vierten Elektrobus. Die ersten beiden Elektrobusse haben wir im Juni 2016 in Betrieb genommen und die laufen immer noch hier bei uns im Stadtverkehr in Bad Langensalza. Die zwei 2016er Fahrzeuge haben jeweils eine Batteriekapazität von 200 Kilowattstunden und die Tagesumläufe sind bei dem einen Fahrzeug knapp 200 Kilometer und bei dem anderen etwas über 200, 210 Kilometer. Die Batterien sind auf dem Dach verbaut, komplett auf dem Dach verbaut, weil wir ja alles Niederflurfahrzeuge fahren, die mobilitätseingeschränkte Personen gut nutzen können. Und deswegen haben wir also im Fußboden zum Beispiel keinen Platz, wie beim Pkw werden sie am Fußboden oft verbaut. Das geht beim Omnibus nicht. Es ist sehr, sehr wichtig, beim Elektrobusfahren sehr vorausschauend zu fahren, weil die Bremsenergie mit zur Rekorporation, also wieder zum Laden der Batterien, genutzt wird. Und je vorausschauender man fährt und die Bremsenergie optimal nutzt, desto weniger Energie verbraucht man und damit steigt natürlich die Reichweite. Jetzt haben Sie eine Photovoltaikanlage auf dem Dach. Seit wann haben Sie die? Die haben wir seit dem Frühjahr 2020, also letztes Jahr. Die hat 122,6 Kilowatt-Peak-Leistung und ist auf unserem Dach von unserem Betriebshof montiert, also auf einer Fläche von ungefähr 600 Quadratmeter. An Sommertagen, wenn die Sonne normal scheint, können wir alle drei Fahrzeuge komplett über Nacht laden. Übers Jahr haben wir im letzten Jahr, wie gesagt, da ist aber die Anlage erst seit April in Betrieb gegangen, da haben wir aber schon 50 Prozent unseres Energiebedarfs mit der Solaranlage abdecken können. Naja, das Problem ist, dass halt die Fahrzeuge in der Regel am Tag nicht da sind, wenn die Sonne scheint und deswegen müssen wir die Energie, die wir über die Solaranlage gewinnen, eben irgendwo zwischenspeichern und deswegen ist die Speicheranlage da, weil, wie gesagt, tagsüber sind die Fahrzeuge unterwegs. Die Speicheranlage hat insgesamt eine Kapazität von knapp 460 Kilowattstunden. Ja, ein bisschen Lokalpatriotismus ist natürlich auch dabei. Die Firma Teswold ist ja in Wittenberg ansässig und von daher haben wir das auch so ein bisschen schon dahingedrängt, weil wir auch den Service von Teswold dann in der Nähe haben wollten. Also wir bekommen die Zellen von unserem Zulieferer, unserem Partner Samsung aus Korea zu uns geliefert. Wir designen das komplette Batteriemodul selbst und hier am Standort machen wir dann auch noch die Komplettierung der Batterie-Packs mit der Intelligenz, der eigentlichen Intelligenz des Batteriesystems, dem Batterie-Management-System. Ah, und so sieht so ein Ding praktisch von innen aus. Da sind diese verschiedenen Module drin, oder wie? Genau, also letztendlich hat ein so ein Batteriemodul von uns, also dieses Batteriemodul, ungefähr 5 Kilowattstunden. So groß sind diese Zellen, die wir im Einsatz haben. Also wir haben 14 Zellen hier in Serie miteinander verschalten. Und das sehr Spannende ist, wir haben jede einzelne Zelle in der Spannungs- und Temperaturüberwachung. Das bedeutet, wir wissen ganz genau, welchen Gesundheitszustand, Ladezustand jede einzelne Zelle in unserem System hat. Das haben wir ja gerade gesehen, auch an diesem Prüfstand, dass ihr das praktisch auch, bevor es aus dem Haus geht, nochmal komplett jede Zelle tatsächlich durchmesst. Naja, also wir überlassen nichts dem Zufall. Also wir machen hier eine 100-Prozent-Prüfung. Jede einzelne Zelle, die unser Haus hier verlässt, prüfen wir komplett auf alle Parameter durch. Was sind denn Unterschiede von Batterien, beziehungsweise von dem, was ihr jetzt baut und was bei mir im Tesla unten im Boden drin ist? Wie eben schon erwähnt, gibt es Unterschiede im Bereich der Bauformen. Zum Beispiel ist das eine prismatische Batteriezelle. Tesla verwendet ja vorrangig auch Panasonic-Zellen. Und das sind diese Rundzellen, die der Tesla... Was, so kleine Zellen sind da drin? Ja, tatsächlich. Das bedeutet nicht, dass hier die Energiedichte viel, viel höher ist als hier, sondern es bedeutet einfach nur, dass ich tatsächlich 20, ungefähr 20 Zellen benötige, um den gleichen Energieinhalt zu bekommen wie die Zelle, die wir von Samsung benutzen. In einem Tesla sind ja auch mehrere Batterie-Packs drin. Ein so ein Batterie-Pack hat ja 13 Kilowattstunden. Und da sind insgesamt 900 von diesen kleinen Zellen drin. Und bei zum Beispiel BMW, VW, die setzen allen voran auf diese prismatischen Zellen und haben dafür natürlich deutlich weniger, also Faktor 20 weniger Zellen als Tesla im Einsatz für die gleiche Kapazität. Porsche und ähnliches, die setzen auf solche Pouchback-Zellen. Das ist nochmal etwas anderes. Das ist die dritte Bauform. Der Vorteil von diesen Pouchback-Zellen ist einfach, die haben kein hartes Gehäuse und können sich flexibel im Prinzip ausdehnen, weil auch eine Batterie möchte atmen, wenn sie be- und entladen wird. Dadurch kann ich hier mehr Power entnehmen. Der Nachteil von diesen Zellen, warum wir sie nicht im Einsatz haben, man sieht schon hier, dadurch, dass sie jetzt kein stabiles Gehäuse haben, ist die Sicherheit hier schon ein bisschen in Frage gestellt. Die muss einfach gewährleistet sein im Rahmen des Packaging, dass die Batterie, der Batterie-Pack auch sicher ist. Wenn du jetzt ein Elektroauto bauen würdest, was würdest du dann für Zellen reinmachen? Definitiv würde ich diese Zelle verwenden, weil ich hier die Möglichkeit habe, eine hohe Energiedichte zu bekommen. Ich habe jede einzelne Zelle, kann ich überwachen in Spannung, Temperatur, sodass ich genau weiß, in welchem Zustand mir die Zellen befinden. Und ich weiß, ich habe einfach ein hartes Gehäuse. Wenn man einen Unfall baut oder ähnliches, dann sind in diesem Gehäuse so viele Sicherheitsmechanismen integriert, dass mit der Zelle gar nichts passieren kann. Jetzt habe ich immer gedacht, Tesla hat diesen Acht-Jahre-Vorsprung oder so und deswegen machen sie die besten Batterien. Jetzt kommst du mir so daher, das würde ja bedeuten, du würdest dir dann auch eher einen VW als einen Tesla kaufen. Wo Tesla ganz sicher einen Vorsprung hat, ist definitiv in der Software-Architektur des gesamten Autostacks. Auf Batterie-Ebene tatsächlich, was ich sehr, sehr gut bewerten kann, würde ich nicht sagen, dass Tesla acht Jahre Vorsprung hat im Bereich der Batterien. Da sind die deutschen Automobilhersteller ganz, ganz sicher auch vielleicht sogar ein Stück weiter, zumindest aber auf dem gleichen Niveau, was die Technik betrifft. Also auf jeden Fall sehr hübsch habt ihr es hier, schönes Ambiente. Ich glaube, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fühlen sich bei euch sehr wohl. Ihr habt auch sehr viel Grün hier, sogar organische Wandbehänge und sehr viel Grün. Deswegen meine Frage, wie Grün ist eigentlich Tessvolt? Unsere komplette Produktion ist letztendlich CO2-neutral ausgerichtet. Wir heizen auch hier mit der Hochtemperatur-Wärmetauscher, sodass wir letztendlich mit dem Strom, den wir erzeugen, nicht nur arbeiten können, sondern auch unsere Objekte hier komplett klimatisieren können. Viele sagen ja auch gerade Batterie, Fahrzeuge, das ist ja gar nicht nachhaltig. Ihr macht nun Batterien. Ist das jetzt nachhaltig oder nicht? Aus meiner Sicht definitiv. Die heutige Batterien, die Lithium-Ionen-Batterien, die haben schon eine Recyclingquote, also eine Rückgewinnungsquote von über 90 Prozent auf den gesamten Batteriemodul. Das heißt nicht nur auf die Rohstoffe der Zelle, sondern auch auf das Kabelrouting, auf das Housing und, und, und. Das bedeutet auch gleichzeitig mit den Rohstoffen, die heute in deinem Tesla drin sind, werden die nächsten vier Generationen an Fahrzeugen noch mit angetrieben. So ein Argument ist ja auch immer eben die Inhaltsstoffe, die drin sind, wie die gewonnen werden. Kobalt ist da immer so in der Diskussion. Wie findet man da sozusagen den richtigen Mittelweg? Also zunächst, es gibt unterschiedliche Chemikalien innerhalb von Batterien. Es gibt Nickel-Mangan-Kobalt-Oxid-Batterien, NMC-Batterien. Das sind so die, die eigentlich mit am meisten eingesetzt werden. Dort versucht man zum einen den Kobaltanteil zu reduzieren und den Nickelanteil zu maximieren. Große Batteriehersteller, große Zellhersteller, die kaufen alle ihre Materialien von zertifizierten Stellen. Und zertifizierte Stellen, zertifizierte Minen haben niemals eine Kinderarbeit zur Folge. Samsung selbst, die auditieren jedes Jahr mehrere oder all ihre Minen, die laden auch uns wieder ein, jedes Jahr die Minen mit zu besuchen, sodass auch wir uns ein eigenes Bild verschaffen können, dass Kinderarbeit dort völlig ausgenommen ist. Aber nicht nur das Thema Kobalt ist ja oftmals medial wirksam, sondern auch das Thema Lithium. Und die Lithiumgewinnung wird ja oft mit der Atacama-Wüste in Chile in Verbindung gebracht. Auch dazu muss man erst mal wissen, dass nur ungefähr 20 Prozent der Lithium-Rohstoffe überhaupt in Chile gewonnen werden, über sozusagen diese Salz-Sola. Der Großteil, über 50 Prozent, kommen aus Bergbau in Australien. Das heißt, völlig unproblematisch für das Grundwasser. Aber nochmal kurz auf Chile zurückzukommen. Dort werden letztendlich Salzwasser-Lachen sozusagen hochgepumpt. Das bedeutet, das ist auch kein Süßwasser-Grundwasser, was man irgendwie zur Agrarproduktion oder ähnliches nutzen könnte. Das heißt, es ist eigentlich auch gar nicht nutzbar. Und dann muss man auch wissen, nicht 100 Prozent aller Lithium-Vorkommen werden in Batterien gepackt. Aber oftmals bringt man Lithium mit Batterien in Verbindung. Das ist nur zu einem Drittel. So ein Drittel wird Lithium auch benötigt für Glas- und Keramikproduktion. Ja, vielen herzlichen Dank für diesen Rundgang. Ich hoffe, ihr fandet das ebenso interessant, vor allem diese kleine Episode auch über die Elektrofahrzeuge, wie ich. Wenn ja, da würde ich mich sehr freuen, wenn ihr dieses Video liked, meinen Kanal abonniert und natürlich auch kommentiert, was ihr von TESVOLT in diesem Video haltet. Und ja, ich freue mich, wenn ihr auch nächstes Mal wieder dabei seid. Vielen Dank, lieber Simon. Und wir sehen uns in dem nächsten Video. Bis dahin, euer Diesel Dad.